Das so klarer könnte ja werden. Es widerspiegelt der eine, aber die medisch analysierte Wähleranteile, wo man zuvor gestanden ist. Aber ich kann nicht immer daran glauben, dass die Gesetungsmessigkeiten wirklich als Anwendung haben. Und der heutige Tag ist ein wunderschönes Kompliment von dem es gar nicht der Stimme voll gemacht hat.